Wo, 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 wo. Würde dich untersuchen lassen an deiner Stelle. Kann los gehen. Was geht hier ab dir? Ich habe hier für grobige Störungen drin. Scheißen Dreck. Wo, was geht ab, was geht ab, was geht ab, was geht ab. Jemand hat den Hausmeister auf dem Klo von hinten erwischt. Alles klar. Cooles Spiel. Hey, die Fresse. Auf den Balkon, auf den Balkon. Warte, warte, warte. Ach nein, falscher Knopf. Verdammt, das ist aber kompliziert hier. Was geht hier ab, was geht hier ab, was geht hier ab, was geht hier ab. Na, komm nicht durch. Ist er denn so fett, unser Kollege? Pisch, pisch, pisch. Yeah, wir robben, wir robben, wir robben, wir robben nicht, weil ich nicht weiß, wo der Robbenknopf ist. Feind, 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 Feind. Aha. Ah, was soll denn immer dieses Spiel? Was ist denn hier? Aha. Ein Fiepsen, es fiepst auf meinem Ohr. Es fiepst, es fiepst, es fiepst. Immer noch. Wo ist, 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 wo ist. Ahhhh. So, was ist los? Ich muss zum nächsten Schießen ins Gesicht. Feuer, 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 Feuer. Ahhhh. Employees only. Ja und? Mir doch egal. Stellt mich halt ein. Daumen hoch für Kinder in der Not. Die wurden von einem Feuerblasch getötet. Yeah. Und jetzt soll ich da rüber hocken? Alter, sehe ich aus wie Lara Croft? Hallo. Ich bin's, der Neue. Mach mir in die Buchse hier. Wir haben eine Panzerung. Ja, und dann. Oh, oh. 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 Hallo. Hm, was ist los? Haben sie dir die Schuhe geklaut? Hallo. Ich habe Gänsehaut. Ohne Witz. Gerade habe ich Gänsehaut. Was ist nur los mit dir? Kündigungsschreiben. Kündigungsschreiben. Hat er gekündigt, ja? Hätte ich auch. Unter den Arbeitsbedingungen hätte ich auch gekündigt. Wollen wir uns ein Bierchen mitnehmen? So unterwegs. Ahhhh. Habe ich nicht. Wo muss ich hin? Was soll ich tun? Was kann ich schreiben? Und wenn ja, mit wem? Musikerfrau. Ah. 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 Aargh. Ah. Kin'Hil oder Frau, das war knapp. Was hätte ich dir die Rügerune gebrannt? Wer ist was, wo wir Waren? Ich sehe schon, wieder alles grund. Das gibt's doch nicht. Was läuft der kann denn? Hat er wieder was geraucht, ja? Siehst du das auch? Oder geht das muss man so? We minimum du das schon Funny. Das sind die Drogen, Leute. Volle, riesig weiter. Alma, 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 Maria, Josef ... Bleibt. Stay where you are. Sie ist eh neデim. Und sie wollte sie flie четki einmal. und nackt ist er auch noch ein bisschen unterfüttert so was los hier guck mal hier getrennt der Automat gibt es ja auch wir so wer seid jetzt hier das kommt vom Kiffen das ist bei euch eine Notmaßnahme? dann hätte ich ganz verzichtet Operation gelungen und Patient tot alles klar noch mehr droben wow 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 wir sind umzingelt von lauter Verdruckten und einem durchgeknallten kleinen Mädchen und haben keine Waffe und haben keine Waffe wow 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 würde ich untersuchen lassen an deiner Stelle